Moin, ich bin es mal wieder, euer unbegabter Technikfan Jens. Ich habe ja ein Balkonkraftwerk und trotz leicht steigender Strompreise habe ich damit ja meine Stromrechnung um 20% senken können. Nun denke ich aber immer auch gerne mal einen Schritt weiter und was ist eigentlich bei einem Stromausfall und ein Balkonkraftwerk funktioniert ja bekanntlicherweise bei einem Stromausfall nicht. Da der Konverter einfach misst, ist Strom vorhanden, dann speise ich was ein, damit wenn zum Beispiel der Elektriker die Sicherung rausdreht, das Teil sofort aufhört Strom ins Netz einzuspeisen, was wäre dann schon ein bisschen unfair, wenn dann anfängt an irgendwelchen Kabeln rumzufimmeln und das Balkonkraftwerk jagt noch Strom rein. Was mache ich nur also, wenn der Strom länger ausfällt? Muss ja nicht gleich ein Blackout sein, aber ich habe draußen ein schönes Solarpanel und das bringt mir nichts in diesem Moment und um das zu ändern, könnte ich sicherlich jetzt auch so schön im Autobatterie-Look mir eine Batterie hinstellen, dazu dann noch ein paar Regler, Wandler etc. Das Ding ist, ich bin verheiratet, ich kann das Teil nicht einfach irgendwo ins Wohnzimmer stellen. Uta hätte für sowas im Wohnzimmer kein Verständnis und ich würde es auch nicht wirklich wollen. Und mal eben schnappen und den Camper tragen von so vielen Einzelgeräten ist auch nicht so einfach. Ich wohne dann auch zur Miete, ich kann also auch nicht irgendwo noch tausend Löcher bohren, um Kabel durchzuführen, aber wohin auch? Ins Schlafzimmer ist auch nicht wirklich besser, Gästezimmer, Badezimmer, Küche, Flur, es geht einfach nicht. Es muss sich einfach ein wenig einfügen ins Wohnambiente, sage ich mal und da bietet sich einfach eine Powerstation an. Naja, zumindest besser als eine Autobatterie. Und wie schließt es jetzt am Balkonkraftwerk an? Naja, und welcher Stecker auf welchen Stecker kommt bei diesen MC Steckern ist irgendwie auch klar. Und hier sieht man die klitzekleine Powerstation unter der riesigen Solarzelle. Für unterwegs habe ich dann noch dieses kleine Falz-Solar-Panel mit 50 Watt. Seit längerer Zeit habe ich ja schon die EcoFlow River Mini Wireless. Sieht sehr schick aus, ein bisschen zu schick schon wieder, weil ich nehme das Teil auch öfters mal mit in den Camper und trage es einfach nicht irgendwie auf einem roten Samtkissen, sondern wird mal in irgendeine Tasche gestopft und muss dann einfach mit und es hat schon die ersten 1, 2, 3 kleine Kratzer, die dann nicht so schön aussehen bei dieser Hochglanz-Optik. Neben den markierten Kratzern sind auch Fingerabdrücke und Fussel sofort zu erkennen. Sie ist klein, sie ist kompakt, sie ist nicht schlecht. Aber letzten Endes fehlt mir da doch ein bisschen was. Und zwar fehlte mir einfach, dass ich sie wirklich ans Solarpanel draußen anschließen kann, denn die Werte, was sie abkann, ist in einigen Punkten ein bisschen zu schwach für das große Solarpanel. Könnte man sagen, alles klar, hängst du ein Handtuch rüber über die eine Hälfte oder über ein Teil der Solarzelle, dann überschreitet es diese Werte nicht. Generell muss man darauf achten, dass die maximale Spannung eines Paneels nicht größer ist, als die entsprechende Powerstation erlaubt. Die maximale Spannung des Solarpanels soll zwar nur 33,8 Volt betragen und die Powerstation kann ja bis 39 Volt ab, aber man soll hier wohl die Leerlaufspannung nehmen. Und die beträgt bei dem Solarpanel 40,6 Volt und da sind wir dann über diese 39 Volt von der Powerstation. Die maximale Stromstärke des Solarpanels beträgt 9,76 Ampere und die von der Powerstation nur 8 Ampere. Und die kurzfristige Stromstärkenspitze kann sogar 10,39 Ampere betragen und das ist deutlich über den 8 Ampere von der Powerstation. Die maximale Leistung in Watt spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein Solarpanel mit 100 Watt extra holen würde, habe ich bei schlechtem Wetter, bewölkten Himmel eben, gar nicht diese 100 Watt anliegen. Hätte ich jetzt ein 330 Watt Paneel, das habe ich ja und die Sonne scheint sogar, dass das reinkommt mit 330 Watt, dann lädt die Powerstation einfach nur mit 100 Watt. Das drosselt die dann. Aber bei bewölkten Himmel habe ich mit einem 330 Watt Paneel eine größere Chance, die maximale Leistung der Powerstation von 100 Watt zu erreichen, sodass sie maximal laden können. Wir merken uns also, Spannung oder Volt sollte bei der Powerstation gleich oder größer Solarzelle sein. Stromstärke oder Ampere sollte bei der Powerstation gleich oder größer Solarzelle sein. Leistung oder auch Watt ist bei der Powerstation relativ egal, denn liefert die Solarzelle mehr Watt, als sie Powerstation verarbeiten kann, wird einfach der Maximalwert von der Powerstation genommen. Habe ich ein kleineres Solarpanel dauert das Laden eben entsprechend länger. Dann ist die Leistung von der auch nicht so gewaltig, dass ich zum Beispiel einen Wasserkocher mit 1000 Watt anschließen kann. Und in einer Wohnung ohne Strom, ohne Gasherd wäre es ja schon eine interessante Alternative, wenn man einen Wasserkocher betreiben könnte, um Wasser zum Kochen zu bringen. Die ist da doch dann weit über ihre Grenzen hinaus. Und dann kam die EcoFlow River 2 Max. Ist größer, ja, aber noch nicht so riesig und hat eigentlich die entsprechenden Leistungen. Man könnte, nein, man könnte nicht nur, ich habe es auch schon gemacht, einen kleinen Heizlüfter anschließen. Man kann einen Wasserkocher anschließen. Links Heizlüfter als Verbraucher, oben Uhr für Realzeit. In der Mitte das Display, das sagt, wie lange der Akku noch in etwa hält. Hier läuft gerade ein 1000 Watt Wasserkocher über die Energie vom Akku der Power Station. Benutzen tue ich sie bisher hauptsächlich im Camper. Ich habe eine Wohnraumbatterie von ungefähr 100 Amperestunden, aber es ist eine Gelbatterie. Das heißt, ich darf die, um sie nicht zu beschädigen, nur zur Hälfte entladen. Also sind es nur 50 Amperestunden. Und gerade im Winter, wenn ich keine weiten Strecken fahre und wir jedes Wochenende unterwegs sind und die Sonne nicht so dolle scheint, ist im Februar oder Januar tatsächlich mal so, dass die Sonne nicht reicht, um über die Solarzelle 100 Watt auf dem Camper diese wieder innerhalb der Werkwoche aufzufüllen. Da bietet sich dann einfach an so eine Power Station. Dann, die kann ich zu Hause schön laden. Nehmen sie dann mit, wie so ein kleines Köfferchen und kann dann alle meine Geräte, die ich im Camper benutze, laden. Ich habe keine 230 Volt Geräte im Camper, sondern alles läuft über USB oder auch noch über 12 Volt Stecker. Akku der Spiegelreflexkamera. Akkus von zahlreichen Taschenlampen. Akku von einer kleinen Powerbank. Das Tablet. Akku von der großen Powerbank. Das HandGPS. Bluetooth Lautsprecher. Ventilator. DVD Player über 12 Volt. Die Smartwatch. Akkus für Taschenlampen oder was auch immer. Das Radio. Um diese Geräte muss sich jetzt die Wohnraumbatterie nicht mehr kümmern. Das läuft jetzt alles über die Power Station. Lediglich Kühlschrank, Licht, Lüftung, Wasserpumpe und Heizung werden jetzt noch betrieben durch die Wohnraumbatterie. Und die Wohnraumbatterie kann ich zur Not sogar über die Power Station laden. Hier habe ich es mit der kleinen EcoFlow River Mini Wireless ausprobiert. Das klappt ja ganz gut. Und das klappt mit der River 2 Max erst recht gut. Und bevor sich jetzt jemand aufregt, ich betreibe überhaupt keine 230 Volt Geräte im Camper. Somit auch keine Gefahr durch defekte 230 Volt Geräte. Dann habe ich ja noch einige von diesen Maistrom Smart Steckern. Damit kann ich zum Beispiel online, egal von wo ich gerade bin, hauptsache ich habe Internet, ablesen wie viel Strom gerade mein Balkonkraftwerk produziert. So wird dann der Verlauf eines Tages auf meinem Smartphone, Tablet oder Laptop dann dargestellt. Das Balkonkraftwerk speist ja nun direkt den Strom bei mir in der Wohnung ein. Und was ich nicht verbrauche, kriegt dann quasi der Nachbar geliefert. Darum nehme ich die EcoFlow immer mit rein ins Wohnzimmer, wo sie ja optisch geduldet wird und schließe sie dort an und kann dann, wenn jetzt besonders viel Strom da ist, dann einfach den Überfluss in die Power Station reinleiten. Damit kann ich quasi meinen Eigenverbrauch ein wenig nach oben pushen. Jetzt habe ich die Maistrom Smart Stecker so programmiert, dass wenn die Solarzelle über 150 Watt produziert, dass dann der Smart Stecker von der Power Station stromfrei gibt oder durchschaltet für die Power Station, um diese zu laden. Doch dann habe ich manchmal das aus der Ferne abgefragt und festgestellt, irgendwie ist zwar die Power Station Steckdose freigeschaltet, aber die Power Station zieht überhaupt keinen Strom. Ist die denn schon voll? Manchmal ist das so, dann sind die 512 Wattstunden Kapazität, die die Power Station hat, schon aufgefüllt. Manchmal ist es aber auch anders. Ich habe ja gesagt, optisch wird sie geduldet im Wohnzimmer, aber akustisch manchmal nicht. Die hat nämlich ein Problem. Wird sie geladen, springt der Lüfter an und der ist ganz schön laut. Und so kann es vorkommen, dass Uta im Wohnzimmer sitzt, der Rasenmäher, wie sie es immer nennt, springt an und sie ist davon genervt und dann zieht sie einfach den Stecker. Und ja, das Ding ist manchmal wirklich ganz schön laut. Und passt jetzt die EcoFlow River 2 Max zu meinem Balkonkraftwerk? Maximal 50 Volt verträgt die Power Station. 40,6 Volt liefert das Solarpanel. Da ist noch genug Platz nach oben. Sie verträgt 13 Ampere und vom Solarpanel ist maximal 10,39 Ampere zu erwarten. Auch hier genug Luft nach oben. Über den Solareingang lädt die Power Station mit maximal 220 Watt. Das Solarpanel schafft maximal 330 Watt. Da kann sich dann auch mal eine klitzekleine Wolke dazwischen schieben, damit die Power Station noch mit maximaler Geschwindigkeit lädt. Und aus relativ aktuellem Anlass, am 15.03.2023, hat das 300 Watt Balkonkraftwerk an einem Tag 2,02 Kilowattstunden Strom produziert. Das ist bisherige Bestleistung von meinem Balkonkraftwerk. Ja, das war es dann auch schon wieder von mir soweit. Ich hoffe, euch hat das Video so ein bisschen was gebracht. Hat Spaß gemacht. War nicht zu langweilig. Ich sage danke fürs Gucken und bis zum nächsten Video. Tschüss.